Idealism prevails, make the world a better place. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast hier, einen sehr jungen Gast, der sich bemüht, auch Aufklärung zu betreiben. Und dieser junge Mann heißt David Kyrill und der ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich heute. David. Servus, ja. David. Ja, weil bei uns, ich komme aus Deutschland, da gibt es Davids und Davids, aber hier gibt es, glaube ich, hauptsächlich Davids. Ja, naja, ich werde auch manchmal genannt Daniel oder irgendwie... Daniel? Wer nennt dich denn Daniel? Irgendwelche Leute, keine Ahnung. Aber Namen sind ja nur Labels, also von dem her ist es auch wurscht. Ja, also ich bin aufmerksam auf dich geworden, weil du, ich habe dich gesehen in einem, also du als Moderator und Interviewer bei Gruppe 42, das ist ein moderner, neuer Medien, ein neues Medienportal im Internet. Und das habe ich mir angeguckt und fand, wow, so ein junger Mensch macht richtig gute Sendungen, ist informiert. Wie kam es dazu, dass du sowas machst? Das Ganze hat begonnen bei den Mahnwachen, Montagsmahnwachen für den Frieden, Friedensmahnwachen. Da gab es die Bewegung, die von Lars Mehrholz ausgegangen ist in Berlin. Und irgendwann hat das dann übergeschwappt nach Österreich. Und bei der ersten Wiener Mahnwache am Heldenplatz war das damals, war ich schon dabei. Und bei der zweiten Mahnwache war der Stefan Bartonek dabei, mein Kollege von der Gruppe 1440. Das heißt, du bist Wiener, du bist Österreicher. Ja, halb Wiener, halb Bulgare, aber in Wien geboren und aufgewachsen. Und bei der zweiten Mahnwache war der Stefan eben dabei, hat eine Hammerrede gehalten, die auch bei CanFM veröffentlicht wurde dann. Und ja, über die Mahnwachen ist es dann eben entstanden, dass wir uns eben kennengelernt haben und gegen Mitte oder Ende von den Wiener Mahnwachen hat der Stefan sein Portal Breitband Bartonek gegründet, wo ich ihm immer geholfen habe bei der Technik und so, aber weniger. Und er hat irgendwann mich angerufen und gesagt, David, wollen wir nicht was gemeinsam machen? Und ich habe gesagt, ja, Leiband, gründen wir halt was. Und dann haben wir eigentlich die Infrastruktur von Breitband Bartonek übernommen und haben Gruppe 42 gegründet. Ach, das heißt, du hast also sozusagen mit Stefan zusammen diesen Namen Gruppe 42 habt ihr zusammen gegründet? Ja, genau. Und was bedeutet dieser Name Gruppe 42? Na, das war so, wir hatten lange Zeit keine Ahnung, wie wir es nennen sollen, wie das irgendwie neutral ist. Und ich habe irgendwann mal eine Kombination aus unseren Vornamen gemacht, also Gruppe und dann aus unseren Vornamen und Nachnamen mit Stefan und David, 4 und 2, also Bartonek und David, 4 und 2, 42, das erzählt er aber nicht gerne, also diese Geschichte, weil sie unspektakulär ist. Wir haben nämlich dann, wie wir dann die 42 hatten, haben wir das verknüpft mit Per Anhalter durch die Galaxis. Mit dem, was ist die Antwort auf das Universum und der Sinn des Lebens? Und wer die Geschichte oder das Buch oder den Film halt kennt, der Supercomputer rechnet halt Millionen von Jahren die Antwort auf diese Frage aus und er sagt dann nach Millionen von Jahren 42 und die Leute können damit nichts anfangen. Und sie fragen ihn ja, was soll das? Und er hat gesagt, naja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Damit ihr sie versteht, müsst ihr erstmal die richtigen Fragen fragen. Ja, und das probieren wir halt, einfach Fragen zu fragen, zu schauen, wie das System, wie die Gesellschaft funktioniert und von dem her passt das. Wie alt bist du? 19. Wow, das ist noch ziemlich jung. Und wie kamst du überhaupt dazu, überhaupt zu den Montagsmahnwachen zu gehen und dort die Leute kennenzulernen? Wie kam es dazu? Was hat dich bewegt? Naja, seit ich, ich weiß es nicht, 14, 15 war, habe ich mich mit Politik und Gesellschaft schon, hat mich sehr interessiert und habe mich damit beschäftigt. Ich habe im Internet irgendwas gelesen und so. Und irgendwann auf Facebook habe ich eine Rede von, eine Rede gesehen, die eine Seite geteilt hat und ich war einfach baff. Alter, wer ist dieser Typ? Und das schätze ich aus, war da Ken Jebsen. Und ich habe eine Rede von dem Ken Jebsen, die er auf der Montagsmahnwache in Oldenburg, glaube ich, gehalten hat, gesehen, war sehr angetan. Was hat dich denn genau also an dieser Rede so fasziniert? Weil er ein Hammer-Rhetoriker ist und weil er genau auf den Punkt trifft, das, was ist. Und er kann einfach gut reden und er hat ein Hammer-Wissen, das er gut verpacken kann. Und das ist einfach, das ist der Jebsen. Und also du hast dich da wiedergefunden, weil es gibt ja, du weißt ganz sicher in der Gesellschaft und vielleicht habt ihr ja in Österreich das auch gehört, viele Montagsmahnwachen aus Deutschland wurden ja kritisiert oder auch, sagen wir mal, in die rechte Ecke geschoben. Da haben sich natürlich auch alle möglichen Menschen dorthin verirrt am Anfang, weil es war zwar gegen den Krieg, damals war das ja wegen der Ukraine-Krise vor allem, aber man hat ja sicherlich auch in Österreich schon mitgekriegt, dass da viel Kritik auch gekommen ist. Oder habt ihr das nicht mitgekriegt in Österreich? Ja, daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Und wenn irgendeine komische Frau, sage ich einmal, im Dreisatt-Kultur-Fernsehen irgendwas Unbegründetes auskotzt, was interessiert mich das in Wien? Weil ich war auf den Wiener Mannwachen, sie war auf keiner Mannwache. Also das war ja diese Riesenskandalgeschichte im Kulturstudio, nein Kulturfernsehen oder ich habe keine Ahnung, wie das geheißen hat. Und wo die ganze Kritik kam, die Kritik war ja komplett inhaltslos. Ich meine, was haben sie kritisiert? Sie haben einfach nur irgendwelche Behauptungen aufgestellt, die einfach, wenn du einmal auf irgendeiner Mannwache warst, komplett widerlegt werden. Und also du bist dann das erste Mal da hingegangen und wie war das Gefühl, was hast du für Menschen dort gesehen vor Ort? Bist du alleine hingegangen oder bist du mit jemand anders? Nein, es war so, ich habe mitbekommen, die Wiener Mannwache wird dann und dann stattfinden, die erste Wiener Mannwache und ich habe geschrieben im Facebook-Event, ja, ihr braucht sicher irgendjemanden, der die Kamera macht, ich komme einfach und filme das. Keine Ahnung, vielleicht kann man es ja mal verwenden. Und seitdem war ich dann auch der Kameramann und im Orga-Team von der Mannwache bis zum Ende eigentlich hin. Und wie ich dort war, es waren ganz, es waren alle Leute quer durch, ja, Frauen, Männer, jung, alt und es war einfach eine super Hammer Aufbruchsstimmung eigentlich. Aufbruchsstimmung für was? War das damals auch gegen den Krieg in der Ukraine oder kamen da noch mehr Themen zusammen? Na ja, es war, Krieg gegen die Ukraine war ein großes Thema, aber generell Gesellschaft und so weiter, ja. Also das war ganz breit aufgestellt. Und ich habe auch erzählt bekommen von jemandem, der schon auf vielen Demos war, ja, und der dann einmal, ich glaube es war eine Sie, ich kann mich nicht erinnern, ja. Jedenfalls, diese Person hat gesagt, ich war auf vielen Demos, aber das, was ich gesehen habe auf den Montagsmannwachen, das gab es vorher nicht. Das hat sie, sie war auf vielen Demos, nirgendwo gesehen. Hattet ihr da auch so ein Open Mic? Auch, ja. Und da ist aber nicht so etwas passiert, weil bei uns gab es dann wirklich auch welche, die etwas rechts zendiert haben und vor das Mikro konnten. Die hatten halt am Anfang ein offenes Mikrofon und das haben dann die Medien sozusagen ausgeschlachtet und haben gesagt, guck mal, wer da spricht. Ja, 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 dagegen kann man ja nichts machen vom Prinzip und freie Meinungsäußerung gilt für jeden Menschen und ich muss nicht mit seiner Meinung übereinstimmen, aber weil irgendjemand im Open Mic irgendeinen Scheiß erzählt, dann, dass die Medien dann genau das rausnehmen, nicht erzählen, dass es Open Mic ist, nicht erzählen, was andere Redner gesagt haben, ja, das ist doch bezeichnet für die Medien eigentlich, wie sie arbeiten. Ja, ja, das heißt, sie erzählen immer nur einen Teil davon. Ja, selbstverständlich. Und das war auch eins der Kritikpunkte, die du auch angebracht hast. Hast du da selber auch gesprochen oder hast du nur aufgenommen und warst dabei? Ja, ich habe ein, zweimal auch was gesprochen. Und weil welches Thema liegt dir sozusagen auf der Seele oder? Na, über was habe ich da geredet? Ich habe irgendwann mal über Russland und Amerika geredet. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Es war ein spezifisches Thema, aber das ist so lange her. Nein, es geht ja nicht um den Zeitpunkt damals, sondern einfach, was sind deine Themen überhaupt, mit denen du dich so beschäftigst, was dich bewegt. Ja, was mich bewegt ist... Gerade auch deine Generation vielleicht. Vielleicht ist da auch eine Generationssache, wo du sagst, hey, ich fühle mich hier irgendwie ein bisschen eingesperrt oder veräppelt oder... Ja, okay, das sind jetzt viele Fragen auf einmal gewesen. Also ich möchte eigentlich nur wissen, ob du gewisse Themen hast, die dir auf der Seele brennen. Ja, genau. Themen, die mir auf der Seele brennen, sind Russland, Amerika, der ganze Konflikt, beziehungsweise Russland ist ja jetzt da eigentlich nur die Vorstufe. Der Endgegner ist China. Und seit Jahrzehnten arbeitet Amerika darauf hin, die Weltmacht zu sein und zu halten. Gibt es das geniale Buch von Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht. Hast du das Buch gelesen? Noch nicht. Ich habe während Zivildienst wenig Zeit zum Lesen, aber ich habe eine Leseliste, die ich unbedingt, wenn ich Zeit habe, abarbeiten möchte. Ich weiß auch, worum es geht. Er ist Stratege von Präsidenten gewesen und... Von mehreren. Genau, von mehreren. Und das ist der Punkt. Er war eigentlich immer der Schattenmann. Und seine Strategie, die er dem Präsidenten immer geraten hat, was sie machen sollen, hat er in Form eines Buchs rausgebracht, das dann jahrelang nicht verlegt wurde, wo es erst jetzt der Kopf verlag, der ja sehr umstritten ist, veröffentlicht. Wo mir jetzt aber wurscht ist, ob der Verlag umstritten ist, hauptsache das Buch kommt wieder raus, für 20 Euro oder so. Und das ist ja auch bezeichnend, auch interessant, warum wird genau dieses Buch nicht verlegt wieder? Warum muss extra der Kopfverlag kommen und das verlegen? Weil sonst keiner tut. Das könnte man jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch hier herangehen. Möchte ich aber gar nicht machen. Amerika und Russland ist interessant, Palästina, Israel, das interessiert mich sehr. Und dann, du hast gefragt, was vielleicht meine Generation bewegt, was mich bewegt bezüglich meiner Generation. Ist diese ganze Gesellschaft einfach. Wir schauen aufs Handy und schauen uns nicht mehr in die Augen. Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja... Also ich kann dir nur meine Erfahrung sagen, ich treffe auch häufig junge Leute, weil ich auch Musikerin bin und ich spreche mit ganz vielen, ich kommuniziere und halb mich gerne und ich kriege immer wieder zu hören, dass ihnen auch die Kommunikation also untereinander fehlt, unter den Gleichaltrigen oder überhaupt unter Menschen. Überall, wohin man geht, U-Bahn, auf der Straße, jeder guckt in sein eigenes Handy, aber sieht die anderen Menschen gar nicht mehr drumherum. Und ich glaube, das ist ein Thema... Ich meine, eure Generation... Also du bist ja bestimmt mit einem Handy eigentlich groß geworden. Ja, mit einem Handy, aber nicht mit einem Smartphone, was auch noch immer ein großer Unterschied ist. Wie alt warst du, als das Smartphone dazu kam? Das Smartphone kam 2007, hatte ich aber lange Zeit keins. Eigentlich bis irgendwann mit 13 oder so war mein erstes Smartphone. Vorher warst du diese Tastenhandys mit diesem T9-Keyboard. Das war auch noch wieder was anderes. Ich weiß nicht, was das mit diesen Smartphones auf sich hat. Ich weiß es nicht, weil es kann tatsächlich sein, dass es verassozialt unsere Gesellschaft. Es ist tatsächlich so. Und was kommt nach den Smartphones? Du magst ja noch nicht so, entschuldige, aber du bist ja noch nicht so lange raus aus der Schule. Ja. Wie war das in der Schule? Ich kann es halt nicht beurteilen oder auch die Zuschauer wahrscheinlich nicht mehr, die nicht selber entweder Kinder haben im Schulalter oder wenn man keinen Kontakt dazu hat, weil bei uns früher gab es das halt nicht. In meiner Generation haben wir keine Handys gehabt, gar keine. Also da gab es nur Treffen oder nicht. Oder wenn du nicht gekommen bist, standest du manchmal an der Bushaltestelle zwei Stunden und dann war das nicht mal so ein netter Freund, weil du stehst nicht umsonst zwei Stunden im Regen. Ja, ja. Wie habt ihr das gemacht? In der Schule gibt es ein Riesenproblem mit den Smartphones in den unteren Jahrgängen. Ich war auch Schulsprecher damals in meiner Schule und da gab es viel dieses Thema Handy, Handyverbot etc. und das hat sich halt herauskristallisiert, dass in den unteren Jahrgängen, erste, zweite, also Unterstufe eigentlich, ja, klasse, dass mit dem Handy ein Riesenproblem ist, weil dann sitzen die wirklich die Kinder in den Pausen nur und machen irgendwas am Handy. Ja. Und in den oberen Jahrgängen, das legt sich dann auch wieder. Ja. Wobei, es legt sich schon, dass du in den Pausen nicht die ganze Zeit am Handy bist, aber das Handy ist halt trotzdem immer da, ja. Und dann, das Paradoxe ist ja, in der Schule, wir sagen, wir wollen ein Handyverbot machen, weil in den unteren Jahrgängen, das ist, das ist ein Problem und dann machen wir iPad-Klassen. Und dann machen wir iPad-Klassen und dann kriegen die Erstklässler schon iPads. Und das verstehe ich nicht. Und glaubst du, dass es daran liegt, also, dass die ganze Technologie, die da auf die neue Generation zukommt, dass die auch mitunter ein Grund ist, dass die Kommunikation nicht mehr so gut funktioniert? Nein, selbstverständlich. Also ohne technische Mittel dazwischen? Nein, die Kommunikation, wenn wir zwei jetzt reden, oder wenn man persönlich redet, da zählen ja nicht nur die Worte, sondern da gibt es Subkommunikation, da gibt es Körpersprache. Und wenn ich etwas sage, ja, was eventuell negativ ist, wenn ich es nur transkribiere, kann aber ganz anders, sarkastisch, lustig, was auch immer rüberkommen, wenn wir reden, wenn ich es dir erzähle, ja? Und diese Information wird weggeschnitten, wenn wir über WhatsApp oder was auch immer... Und es kommt zu vielen Missverständnissen. Das ist natürlich. Also auch bei uns, bei unserer Generation, du schreibst irgendwas, denkst dir gar nicht viel bei, sondern sagst auch so einen Scheiß oder sowas. Und dann, wie kannst du das sagen? Du bist gegen die. Hey, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also das ist ziemlich schnell, ist es so, wow, das gehört in die Ecke und das gehört in die Ecke. Dabei sind weder Emotionen erkennbar. Das ist ja das nächste Traurige, ja? Ja, damit wir irgendwie die Emotionen, die wir verkaufen wollen, über Text weitergeben, brauchen wir irgendwelche bunten Symbole, irgendwelche Emoticons, ja? Damit wir da ein lachendes Smiley haben. Es geht Information verloren, wenn wir schreiben. Und deswegen ist, wenn du schon digital kommunizieren möchtest, was ja wahnsinnige Vorteile hat, dann probiere es mal mit Sprachmemos zum Beispiel. Oder die ganz coole Geschichte wäre Videobotschaften, aber das ist schon nerdig, ja. Also ich bin immer dafür, dass man so in der Gesellschaft überhaupt anfängt zu diskutieren, wie viel Technik brauchen wir überhaupt. Ja, natürlich. Und ich finde auch, dass gerade die jungen Leute, die also vollgestopft werden mit Technik, die werden ja nicht gefragt, ob sie jetzt ein Handy wollen oder ein Tablet. Das kriegst du schon in den Unterstufen, wie du gerade gesagt hast. Ich bin rausgekommen, da kamen die ersten PCs sozusagen auf den Markt und dann musste ich mir selber alles beibringen. Gerade frisch, da war ich so alt wie du, 18, 19 und zack, waren sie da und ich wusste gar nichts mit anzufangen. Da muss ich mir alles selber beibringen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Gesellschaft an sich und vor allem die jungen Leute beginnen, darüber wirklich offen zu sprechen, auch in der Schule oder auf öffentlichen Veranstaltungen, dass man sagt, ist denn der Mensch, richten wir uns nach der Technik oder die Technik nach uns? Und wie viel Technik und für was wollen wir Technik? Und da wollen wir es nicht. Es gibt Bereiche im Leben, da sollte vielleicht Technik gar nicht verwendet werden, aber das ist eine Diskussion, die auch die junge Generation auch führen sollte, oder? Führen sollte, ja. Wir leben in einer Generation, wo sich Leute um 100 Euro, was relativ viel Geld ist, eine Abhörwanze ins Wohnzimmer stellen. Wie meinst du das jetzt? Freiwillig? Natürlich freiwillig, weil es ja cool ist. Amazon Alexa ist so ein digitaler Assistent. Ah, ich verstehe, ja. Hört immer mit und niemand hinterfragt das. Wir hinterfragen nicht mehr, was, genau, wie du gesagt hast, wir hinterfragen einfach nicht mehr, wie viel Technik brauchen wir überhaupt, ja? Ich meine, ich bringe immer diesen überspitzten Vergleich, dass ich sage, Goebbels hätte ein Freudentanz getanzt, hätte er solche Möglichkeiten gehabt, wie die Geheimdienste heutzutage haben. Nämlich jeder Mensch hat einen Propagandaempfänger, immer bei sich, und über Push-Benachrichtigung kriegst du gleich die neue Propaganda, was jetzt der Fall ist, ja? Aber wie fühlt man sich so? Und dann kannst du überwacht werden, ja? Immer kannst du wissen, wo jeder deutsche Staatsbürger sich aufhält, ja? Und du kannst immer die Kamera und das Mikrofon einschalten. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Und niemand, und in unserer Generation, du sagst, sollten sie sich beschäftigen. Ja, sollten sie sich beschäftigen. Tun sie aber nicht. Die juckt das gar nicht. Sie sind hauptsächlich Konsumenten, oder? Ja. Das ist ja auch das, was gesellschaftlich gefordert wird. Ja, natürlich. Oder Wachstum ist doch Konsumgesellschaft. Ja, Konsumgesellschaft, eh klar. Und alle zwei Jahre, na, alle zwei Jahre ist schon zu lange. Jedes Jahr ein neues Smartphone, ja? Mit noch besserem Mikrofon für die noch bessere Abhörgeschichte für die NSA, ja? Und wie sieht das aus in deinem Bekanntenkreis oder aus der Schule jetzt, sagen wir mal so, weil da musst du ja, kannst du nicht entscheiden, wer mit dabei ist. Wie ist das in so einer Klasse? Wie viel Prozent empfinden das, nach deiner Meinung natürlich, empfinden das als zu viel Technik oder zu viel Überwachung? Oder beschäftigt sich überhaupt jemand damit? Das schon, aber ein ganz kleiner Prozentsatz. Fünf Prozent, zehn Prozent vielleicht, wenn überhaupt. Und woran glaubst du, liegt das? Liegt das daran, dass sie sich einfach daran gewöhnt haben und sagen, das gehört zum Leben einfach dazu, wie das Atmen und das Essen? Das vielleicht auch. Es liegt natürlich auch viel damit zusammen, wie liegt ihre Zeitgestaltung aus, ja? Weil wir leben ja auch in einer Generation, in einem System, das jungen Leuten die Lebenszeit stiehlt. Wenn du mit 19, 20 aus der Schule rauskommst, hast du im Durchschnitt ein Viertel von deinem Leben, also nicht ein Viertel von deinem Leben in einer Indoktrinationsanstalt verbracht, aber zwei Drittel, nämlich zwölf Jahre, von einem Viertel. Also, wenn ich jetzt 20 bin, habe ich ein, zwei Drittel meiner Lebenszeit damit verbracht, von irgendjemandem gesagt zu bekommen, der viel älter als ich, der ganz wann anders aufgewachsen ist, wie ich auf Probleme in der Zukunft, wo er sich noch nicht mal ausmachen kann, was diese Probleme sind, reagieren soll. Das kann nicht funktionieren, ja? Noch dazu werden uns gesellschaftliche Normen aufoktroyiert in der Schule, wo wir keine, da sagt immer der Andreas Popp, und das ist ein geniales Wortspiel, wo wir keine Bildung haben in der heutigen Zeit, wir haben Ausbildung, und das ist, wie das Wort schon sagt, aus mit der Bildung, ja? Und wenn ich jetzt mit 20 aus der Schule rauskomme, oder 19, 18, ist ja egal, ich runne das jetzt auf, haben wir ein Viertel unseres Lebens schon gelebt, ja? Durchschnittlich 80 Jahre. Dann verbildet sozusagen. Ja, genau, ausgebildet, ja? Und nur ganz wenige schaffen es, dem sich zu widersetzen. Und ich finde es auch traurig, Kinder, kleine Kinder, 5, 6 Jahre, wenn du sie jetzt fragst, also Kinder sind extrem cool, weil sie sind noch unbeschrieben, und sie sind, sie leben im Jetzt. Wenn ein Kind mit der Mutter auf der Straße spazieren geht, denkt die Mutter schon, nein, ich muss noch die Einkäufe machen, und ich muss noch das erledigen und das, aber das Kind entdeckt einen Straßenmusiker, liebt die Musik und beginnt einfach zu tanzen. Und die Mutter sagt, komm, komm, geh mal weiter, ja? Ich muss nur reinkaufen, ja? Die lebt schon in der Zukunft. Das Kind lebt ihm jetzt. Und Kinder sind extrem cool. Und wenn du jetzt ein 5-jähriges Kind oder ein 6-jähriges fragst, möchtest du jetzt gerne 5 Stunden, 6 Stunden am Tag auf einem Holzsessel sitzen? Und wenn du dich nur regst, wirst du schon geschimpft, ja? Na, welches Kind sagt er ja? Das ist ein komplett unmenschliches System. Aus dem Grund, weil das nicht in unserer Natur liegt, 6 Stunden auf einem Holzsessel zu sitzen, ein 6-jähriges Kind. Ja, wir haben in der Humanistischen Friedenspartei auch zwei Kollegen, die Kinder haben. Und unabhängig voneinander haben sie uns erzählt, der eine hat eine Tochter, der andere hat einen Jungen. Und sie haben erzählt, dass ihre Kinder wollten auf die Toilette. Also ganz menschliches Bedürfnis. Und die jeweiligen Lehrer haben beide Nein gesagt. Und die haben sich eingepinkelt mit 7, 8 Jahren. War ihnen natürlich total peinlich vor der ganzen Klasse. Und sie sind nach Hause gekommen und haben geheult. Und da sage ich auch, also hier ist ein Punkt erreicht, wo man wirklich an die Würde des Menschen rangeht, an die Menschlichkeit selber, dass du also Dinge, die du tun musst, nicht ausüben darfst. Weil das würde bei jedem Tier genauso passieren. Also bei jedem Hund, den du nicht rauslässt, der pinkelt dir auf den Teppich. Und das ist entwürdigend. Und auch ich empfinde das als nicht mehr zeitgemäß. Oder du darfst auch alleine... Die ganze Schule ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Du darfst nicht mal, wenn du sagst, du brauchst frische Luft, dass du einfach ans Fenster gehst und sagst, darf ich mal kurz ans Fenster? Nein, bleib sitzen. Ja, ja, eh. Und das hinterfragt kaum jemand, dieses System. Aber es wird ja lockerer. Das heißt, es gibt bei uns in Deutschland zumindest, gibt es inzwischen so freie, offene Schulen, wo die Kinder auch später kommen können. Ich empfinde das auch, so ähnlich wie du, relativ unmenschlich, dass man... Also noch nicht mal der Schlaf. Ja. Noch nicht mal der Schlaf, der also notwendig ist für einen Menschen, um gesund zu bleiben, darfst du dir einteilen, wie du das brauchst. Sondern es wird immer von Anfang an, wird gesagt, um sieben, acht Uhr, zack, musst du da sein. Wenn nicht, wirst du bestraft. Und das bleibt auch bei dir im Kopf. Wenn nicht, wirst du bestraft. Also du musst immer gucken, dich zusammenzureißen. Jetzt hast du aber einen Weg gefunden, sozusagen deine Stimme freizulassen. Angefangen mit den Montagsmahnwachen, wie du gerade gesagt hast. Aber auch mit der Technik. Das heißt, du interessierst dich dafür, dass man die Technik auch irgendwie bedienen kann, um Aufklärung zu betreiben. Womit oder mit welchen Menschen beschäftigst du dich in deiner Sendung? Hat deine Sendung auch einen bestimmten Namen? Nein, ich habe de facto jetzt keine eigene Sendung, jedenfalls noch nicht. Daran arbeite ich, aber ich bin ein großer Prokrastinator, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber wir haben die Sendung Gruppe 240 im Dialog. Entweder macht das ich, der Interviewer oder der Stefan. Und wir haben jetzt auch für internationale Gäste auch noch eine, heißt anders, ist im Prinzip eine Interviewsendung. Und entweder ich oder der Stefan interviewen eben unsere Gäste. Und ja. Was ladet ihr da für Leute ein? Was interessiert euch? Um was geht es da eigentlich? Auch um Aufklärung? Ja, natürlich. Einfach interessante Leute, die was zu sagen haben. Und dann haben wir einen Dirk C. Fleck zum Beispiel, haben wir im Interview. Wir haben Ramsi Skilani, das war kein Interview, das war ein Vortrag. Dann haben wir Ramsi Skilani, der auf wahnsinnig wissenschaftlicher Ebene fundiert, herunterbricht, was Israel eigentlich macht und wie die Propaganda funktioniert. Also wir laden immer Leute ein, wo wir glauben, dass sie interessant sind und dass ihr Wort Gehör geschenkt gehört. Und das macht ja richtig viel Spaß, oder? Schon, ja. Und wo eignest du dir dein Wissen an? Oder wie kommt es, dass du Dinge weißt, die deine Mitschüler weder interessiert noch irgendwie erfahren? Wie kommt es dazu, dass dieser Unterschied entsteht? Ja, weil während die Mitschüler in der Marie-Hilfer-Straße sich die neuen Schuhe kaufen oder das neue iPhone, sitze ich am Computer und recherchiere irgendein Thema. Oder lese ein Buch. Ja, also, weil es mich einfach interessiert. Also, ja. Und wie bist du erzogen worden? Wie sind deine Eltern so drauf? Inwiefern? Haben die dich von Anfang an aufgeklärt? Nö, das habe ich mir selbst beigebracht. Alles selbst? Auch das mit der Technik, wie man Kamera bedient, wie man Computer bedient. Komplett. Ja, Autodidakt. Ja, es gab ja mal ein, es gab mal ein, in Indien ein Projekt und in einer Region, wo es keine Schulen gab. Und die haben zehn Computer aufgestellt mit Internetanschluss. Und die Kinder durften... Ich glaube, ich habe davon gehört. Ja, die durften drei oder sechs Monate, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, dieses Experiment, sie durften jederzeit an die Computer ran. Und irgendwann haben sie sich das alles selber beigebracht und konnten sogar Englisch anfangen zu schreiben. Und das Gute daran war, dass jedes Kind für sich ein eigenes, sich eigene Themen gesucht hat, was es interessiert hat. Und ich glaube, für die Zukunft, für die Schulen ist das doch auch eigentlich eine gute Sache, weil wir wissen, durch das Internet kann sich jeder so viel bilden, in allen möglichen Richtungen, wie er oder sie möchte. Und ich denke auch, dass das Schulsystem so lange gar nicht mehr sich halten kann, wie es jetzt ist. Weil das, was du sozusagen bekommst, ist so alt. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, das stimmt. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Schule, das Schulsystem kommt ja... Also, warum sind die Gänge so lang und breit? Früher wurde da drinnen exerziert. Es ist ein militärisches Konstrukt. Die Schulpflicht kam, in Österreich zumindest, von Maria Theresia. Nicht, weil sie jetzt so eine Heilige, eine Wohltäterin war, weil jetzt gibt es Schulbildung für alle. Nein, sie wollte Zugriff auf die jungen... Damals war sie auch nur für Männer, die Schule. Sie wollte Zugriff auf die jungen Männer haben, im Falle eines Krieges, wenn sie halt einen Krieg ansetteln möchte. Und dieses ganze System in der Schule ist ja komplett militärisch aufgebaut. Es gibt vorne einen, der irgendwas redet. Alle anderen sitzen still in Reihen, ja, auf Holzsesseln. Und in der Pause darf sich zehn Minuten bewegen. So. Ja, aber dieses System wird umkippen. Also es wird kippen, weil man merkt das ja jetzt schon, dass da eine riesen Diskrepanz ist zwischen dem, was du beigebracht bekommst und zwischen dem, was du dann selbst recherchierst und erfährst. Und dann irgendwann wendet man sich auch ab von der Schule und sagt, das braucht kein Mensch. Ich bilde mich lieber in eine Richtung weiter. Aber du hast recht, es kommt aus diesem Militärischen. Und am Anfang waren es zwei Jahre, dann vier Jahre, dann sieben Jahre, dann acht Jahre, dann neun. Und wir sind jetzt inzwischen in Deutschland zumindest bei zehn Jahren Pflicht. Das bedeutet, man versucht den Schüler immer weiter in dieses System reinzunehmen, sodass er am Ende dieser langen Laufbahn eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob das, was er da gelernt hat, was bringt, Sinn macht, sondern dann sind die drin und sagen, und da geht's weiter. Ja, und das eigentlich fast perverse an der ganzen Geschichte ist, dass dieser ganze Prozess, diese ganze Schulzeit, ja nur ist bis halt 18, 19, 20, ja. Genau, und das ist ja gewollt. Es ist genau in der Zeit, wo die Jugendlichen in die Pubertät kommen, wo man noch irgendwo irgendwas ausrichten kann in Form von Indoktrination, ja. Und in einer Pubertät, ja, wo Gefühle und Veränderungen eine Rolle spielen, eine riesige Rolle und der Jugendliche vielleicht, oder die Jugendliche gar nicht weiß irgendwie, was das alles soll und so, ja. Dann da reinzukommen, ja, mit einer menschenunwürdigen Zeitbeschäftigung, ja, ist fast, ist fast, fast Körperverletzung oder halt was auch immer, ist ja fast Grausamkeit. Ja, also die Menschlichkeit, wir gehen ab und zu auf die Straße und interviewen einfach Leute, einfach Leute, die kommen alt, jung, egal wie, Ausländer nicht, völlig egal. Und oftmals kommt immer das Wort Menschlichkeit. Den Menschen fehlt die Menschlichkeit, weil im Grunde alles darauf ausgerichtet ist, dass man konsumiert und dass man produziert, konsumiert, produziert und irgendwie Kapital anhäuft oder akkumuliert. Und ich denke, dass die, eure Generation, die jetzt die Heranwachsenden sozusagen sind, dass ihr schon eine große Chance habt, jetzt wirklich was zu verändern. Weil, ich meine, wir tun jetzt auch was, unsere Generation, versucht aufzuklären. Wenn ich jetzt zurückblicke, Anfang der 90er, als ich so alt war wie du, eigentlich waren wir ganz zufrieden, weil die Mauer war nicht mehr da. Wir haben gefeiert, wir haben ja nur gefeiert, vor allem in Berlin. Wir haben gefeiert, Ossis mit Wessis zusammen und so viele Nächte wie nur ging. Und haben dabei dieses Schleichende halt nicht bemerkt, als junge Leute. Weil vorher ging es wirklich allen relativ gut. Im Westen, im Osten gab es natürlich diesen Sozialismus. Die waren froh, dass sie frei waren. Wir waren auch froh, dass sie zu uns gekommen sind. Und diese Zeit bis zu den 2000ern ist so dahingedümpelt. Für uns alle, glaube ich. Ich will auch nicht für alle sprechen. Und dann auf einmal, innerhalb der 90er Jahre, also Ende der 90er Jahre, hat es dann so allmählich begonnen, dass alles, dass die Märkte immer freier wurden, die Finanzmärkte, dass weniger Geld zur Verfügung war. Auf einmal fingen die Menschen an, über Geld zu reden. Was ich als Kind, 70er, 80er Jahre, jeder Sozialhilfeempfänger hat ganz gut gelebt. Also er hat ein Obdach gehabt, was zu essen, zum Anziehen, alles war gut. Und so viele Obdachlose wie heutzutage in Deutschland, hat man damals nicht gesehen. Und irgendwie hat sich da was entwickelt. Und jetzt ist sozusagen unsere Generation dran, aufzuwachen und zu sagen, im Moment, wir haben es schon ein bisschen gemerkt, aber es war nie so wirklich da. Jetzt ist es komplett da. Und jetzt sollten sich die Generationen sozusagen, so wie du es auch gerade machst, mit Stefan, der ja eine Generation älter ist als du, zusammentun und voneinander lernen. Deswegen stelle ich dir auch so viele Fragen, weil mich das wirklich auch interessiert und bestimmt auch die Zuschauer. Weil wenn man keine Empathie hat und sich nicht hineinversetzen kann und sich Zeit lässt dafür, zu hinterfragen, was fehlt in der Gesellschaft, was brauchen wir, wie sollte eine Aufklärung stattfinden in der Zukunft. Und ihr macht auch von Gruppe 42 demnächst sogar eine Konferenz. Ja, das stimmt. Und die heißt Angst, Essen, Zukunft auf? Angst, Essen, Zukunft auf. Wie kamt ihr auf diesen Titel? Den hat sich der Stefan überlegt. Das ist ein Zitat oder eine Umwandlung von einem Zitat und es ist relativ treffend. Weil wenn wir die ganze Zeit, wie es uns seit 2001 gesagt wird, oder eben wo seit 2001 eigentlich, ja, dieser inszenierte Terroranschlag, ja. Ist er inszeniert? Selbstverständlich. Also wer noch die Verschwörungstheorie vom 9-11-Commission-Report glaubt, der... Gibt es denn schon einen Gegenentwurf? Gegenentwurf weiß ich nicht, aber es gibt viel zu viele Ungereimtheiten, viel zu viele Sachen, die einfach so nicht sein können, ja. Wie kann auf 600 Seiten Commission-Report kein einziges Mal ein drittes Gebäude, das war ETC 7, was eingestürzt ist, erwähnt werden? Kein einziges Mal, ja. Das ist ja, was Dr. Daniel Ganser auch immer wieder sagt. Richtig. 50% der New Yorker Bevölkerung wissen nicht, dass ein dritter Turm eingestürzt ist. So weit ist die Manipulation schon fortgeschritten. Uns wird ein komplett falsches Bild der Geschichte erzählt. Also ich fände... Nur um Teile und Herrscher zu machen, nur um Volksgruppen, ja, Westen gegen Muslime, Westen gegen Araber, ja, aufzuhetzen. Ja, weil wir ihr Öl wollen. Ja, ich meine, so weit ist es gekommen, dass wir 3000 Amerikaner töten, ja, damit die im Irak, in Afghanistan und wo auch immer, jetzt in Syrien, ja, Krieg führen können, nur damit sie sich ihre Schürfrechte holen. Ja, also bleiben wir mal beim 11. September erstmal, der 11. September. Also interessant ist ja, dass es sowohl die Stimmen gibt, die sagen, ja, der Commission Report ist richtig und die anderen sagen, nee, da stimmt was nicht, das dritte Gebäude... Nee, der Commission Report kann nicht richtig sein, wenn Baustatiker das widerlegen. Und das ist aber diese Version, die die Regierung akzeptiert hat. Ja, die Aussagen von Bush zum Beispiel sind unter Verschluss, du kannst dir nicht anhören. Er hat die Akten zu 9-11, hat er 40, 50 Jahre sperren lassen, ja, ich meine, dieser Fakt alleine zeigt schon, was soll das, ja. Gut, aber dann müsste man ja eigentlich die Anstrengung, Bemühungen, und das machen ja einige Leute, also wirklich aufzuklären, was da war und das Ganze nochmal aufzurollen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die... Gibt es ja gute Aufklärer. Genau. Daniele Ganser zum Beispiel. Ja, richtig, aber der wird ja auch sofort in diese Verschwörung und er, aber selbst er, David, sagt, dass das wieder aufzurollen ist. Und man, weil du gesagt hast, das ist, also das war nicht so. Na, es kann nicht so gewesen sein, wie es uns verkauft wird. Wie es war, weiß ich nicht. Genau, wie es ist, wir müssen alle, wie wir hier sind, herausfinden, wie es ist, damit auch dieses Wort Verschwörungstheorie irgendwann auch mal... Aber woher kommt das Wort Verschwörungstheorie? Wenn es keine Verschwörung gibt, gibt es auch keine Theorie. Ja, na eh, aber das Wort Verschwörungstheorie wurde geschaffen von der CIA nach dem JFK-Mord, um Leute an der magischen Kugeltheorie, die gegen jegliche physikalischen Gesetze, ja, Einzeltäter beim JFK, ja, egal, anderes Thema. Dann haben, die CIA hat dann dieses Wort Conspiracy Theory, Conspiracy Theory genommen, um Gegner, also um Leute, die gesagt haben, ne Leute, das kann nicht so gewesen sein, zu diffamieren. Und das war das erste Mal, dass das aufgetaucht ist, Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker. Und dann bei 9-11 natürlich wieder, und zwar potenziert. Dabei sind das eigentlich nur Fragen, die gestellt werden. In erster Linie sind es erstmal Fragen. Dann schaut die ganze Aufklärungsszene sozusagen, wer kann es belegen, was sagen Architekten, was sagen Journalisten, die vor Ort waren, was sagen Historiker, Forscher, Augenzeugen und so weiter. Normalerweise müsste es eine Regierung machen. Wenn also die Bevölkerung... Die möchte er nicht, warum wohl? Ja, aber vielleicht ist es auch einfach gar kein großes Interesse der Bevölkerung. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist überhaupt interessiert daran, dass man sowas nochmal aufrollt. Ja, aber eigentlich sollte jeder sich, auch jetzt gehen wir von Amerika aus, jeder Amerikaner sollte an einer Neuaufrollung von 9-11 interessiert sein, weil ihre Söhne und ihre Kinder werden ja nach Afghanistan, nach Syrien geschickt und werden dort vor die Hunde geschickt. Ja, also eigentlich sollten es die Amerikaner am meisten interessieren und ich habe jetzt keinen Prozentsatz, aber viele, viele Amerikaner, ja, ich kann leider, ich habe den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf, glauben die Theorie eh nicht mehr. Ja, die kann sich ja eh nicht halten. Aber wenn du 19 Jahre alt bist, dann bedeutet das, du hast eigentlich, dein Bewusstsein ist eigentlich voller Kriege. Ja. Also du hast eigentlich die letzten 19 Jahre nur Kriege mitbekommen. Genau, das ist ja seit 2001. Die von der NATO sozusagen, in der Zeit, in der du gelebt hast. Das ist ja das Orge, ja. Seit 2001, wenn jemand eben 1995, 1990 oder in der Zeit halt geboren ist, hat der nur NATO-Propaganda gehört in den Medien, ja. Ja, früher war es tatsächlich noch, also vor 20, 30 Jahren, war es tatsächlich noch ein Unterschied, ob du jetzt diese Nachrichten oder diese im Staatsfernsehen schaust. Heute ist das ja alles gleich und alles gleiche Kriegspropaganda. Aber Österreich ist doch nicht in der NATO. Das stimmt nicht. Österreich ist doch nicht in der NATO, aber in einer Vorstufe, im Partnership for Peace. Ja, die haben Verträge miteinander, aber sie sind kein offizieller NATO. Sie sind kein offizielles NATO. Sie haben Verträge mit der NATO. Genau, und sind in Partnership for Peace, was eine Unterorganisation der NATO ist, plus NATO-Truppentransporte, ja, gehen durch österreichisches Hoheitsgebiet, ja. Damals war ich, das ist lustig, dass wir das jetzt ansprechen, war ich 16, das war Friedensmannwachen gerade, ja. Und da war gerade die Ukraine gerade Thema. Und da sind gerade Truppentransporte der NATO, ja, viele Panzer, amerikanische Helikopter und deutsche Jeeps, Militärjeeps, ja. Durch Österreich, in die Ukraine, ja, also in diese Gegend, ja, geschickt waren. Durch Österreich. Und ich habe damals einen offenen Brief an den Bundeskanzler Werner Faymann geschrieben. Der ist ein bisschen viral gegangen im Internet, irgendwie so ein paar tausend Zugriffe, ja. Und ich habe den nicht nur im Internet einfach so veröffentlicht, ich habe den dann ausgedruckt und eingeschrieben ans Kanzleramt geschickt. Und was kam zurück? Von irgendeinem Bürger, Bürgerinnen-Service, ja, schickt zurück, danke für ihre, für ihre Concerns, wir werden das weiterleiten. Keine Ahnung, ja. Kam hier eine Antwort? Die juckt das nicht. Nein. Nein. Das war die Antwort. So, ja, und das wäre alles legal, ja. Genau, die haben auch geschrieben, das wäre alles legal, ja, weil das ist für friedensstiftende Maßnahmen, ja. Wer noch glaubt, das sagt immer der Jebsen, Vorwärtspräsenz, ja, Peacemaking und Peacekeeping Operations, ja. Das sind Angriffskriege, illegale Angriffskriege, mehr nicht. Und was glaubst du, was kann man dagegen tun? Einfach Nein sagen, ja, sagen, das ist nicht in, in, das passiert nicht in, 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 in meinem... In friedlicher Absicht. Nein, erstens passiert es nicht in friedlicher Absicht, aber das passiert nicht, dass ich, also, ich als Staatsbürger, ja, sage Nein dazu, ja, und das ist nicht meine Regierung. Deswegen, wenn wir fünf Parteien haben, ich weiß nicht, wie viele Parteien wir haben, ist mir auch egal, ja. Ich habe gehört, Österreich hat unheimlich viele Kleinstparteien, ich glaube... Das stimmt. Ich hatte mal ein Interview mit dem Roland Düringer, der hat gesagt, es gibt um die tausend hier sogar Kleinstparteien, natürlich. Ja, ja, ja. In Deutschland ist die Hürde viel größer eine Partei zu gründen als hier. Ja, aber die haben eh alle keine Chance, aber wenn wir von den großen Parteien ausgehen, fünf, sechs, sieben Parteien, ja, und keine Einzige sagt irgendwas gegen diese Kriege, die vom Westen, von der EU, von der NATO, von uns. Wir sind jetzt kein NATO-Land und wir sind neutral, ja, ausgehen, ja. Also unsere Partner machen das ja, wir unterstützen sie mit dem, dass wir eben... Also ihr schiebt sozusagen die Schuld eher ab. Natürlich. Und sagt, Österreich ist raus, aber das machen die. Wir unterstützen nur das Gute. Genau. Das Gute in dem Schlechten. Genau, richtig. Also, ich weiß nicht, was überhaupt gut ist an Truppenverlegungen, aber ja. Was ist denn so dein Wunsch für die Zukunft? Was würdest du dir gerne wünschen? Für mich persönlich jetzt? Für dich und sogar für deine zukünftigen Kinder vielleicht oder wie auch immer. Was wünschst du dir für die Zukunft? Und was sollte sich wirklich ändern, damit man ein menschengerechtes Leben auch führen kann? Na ja, das komplette System. Weil das komplette System ist auf den Neoliberalismus ausgebaut. Und der hat keine Zukunft. Doch, er hat schon Zukunft. Wenn einmal irgendwie, irgendwie alles platt gemacht wird, entweder durch einen Krieg oder eine Katastrophe, ja, Umweltkatastrophe, was auch immer, dann können wir Kapitalismus wieder machen, Neoliberalismus. Ja, aber es hat keine Zukunft auf kurz oder lang. Öl zum Beispiel, es wird eine Zeit geben, wo das Öl nicht mehr da ist und das Neue auch noch nicht da ist. Ja, das wird eine Orgezeit. Für mich und meine Zukunft und vor allem für meine Kinder, ich wünsche mir, sie können in irgendeiner Welt aufwachsen und leben, ja, die wieder lebenswert ist. Ja, wo nicht, wo nicht, wenn du den Fernseher anschaltest, ja, direkt dir irgendein Hansel erklärt, wie die Welt funktioniert, ja, aber das ist gar nicht, wie die Welt wirklich funktioniert, ja, weil der hat nicht, der liest nur Teleprompter ab, ja, der hat keine Ahnung. So, und in einer konstanten, wie es eben meine Generation ist, Kriegspropaganda aufzuwachsen, das wünsche ich niemandem. Was wünschst du dir denn wirklich? Na, Frieden, also vom Prinzip Frieden, also, und eine Gesellschaft, die nicht nur aufs Handy schaut, ja, da wären wir wieder beim Anfang, ja, eine Gesellschaft, die wieder miteinander spricht und... Eine ehrlichere Gesellschaft? Ehrlich, ja. Dass man ehrlich mit sich selbst sein kann? Ja, aber die ehrliche Kommunikation, also die Ehrlichkeit kommt ja mit der Kommunikation und die wird aktuell abgeschnitten durch Systematiken, ja. Ja, und vom Prinzip, was wünsche ich mir? Einfach, was wünschen wir Menschen uns generell? Dass es uns gut geht und dass es den Menschen in unserer Umgebung gut geht. Wenn irgendeinem mit dem Fahrrad hinfällt, sind gleich drei Leute da und helfe ihm, geht es ihnen gut zum Erkrankenwagen rufen, ja. Das liegt in unserer Natur. Ich möchte, dass es den Leuten gut geht, ja, und dass es meinen Kindern gut geht. Wir brauchen Friedenspropaganda. Genau richtig. Friedenspropaganda, ja. Und ich denke, ihr habt noch so viel Kraft, ja, dass ihr das vielleicht auch hinkriegt, eure Generation. Also Kraft haben wir. Schauen wir, wie es weitergeht. Also ich bedanke mich erstmal bei dir, David. Schön, dass du da warst. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Idealism prevails. Make the world a better place. Danke, dass ihr euch seid.